moin moin meine lieben und herzlich willkommen zu einem neuen video schön dass ihr wieder mit dabei seid ich werde mich gleich auf den weg zum sport machen und heute mit dem schwerpunkt arbeiten am boxsack und ihr seid natürlich wieder mit dabei aber zuerst müssen meine beiden jungs noch raus sich ein bisschen die beine vertreten und dann geht's ab so 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 Okay, ich starte jetzt nur mit einem lockeren Aufwärmtraining und dann geht's ab an den Boxsack und dann wollen wir mal ein bisschen Ball haben. Und dann geht's ab an den Boxsack und dann geht's ab an den Boxsack. Okay, ich bin jetzt durch mit dem Aufwärmtraining und jetzt geht es erstmal los mit Schattenboxen. Das ist ein super Koordinations- und Cardiotraining. Genau, und dann geht's weiter in die Handschuhe und ran an den Boxsack. Was sind eure Challenges für 2020 im sportlichen Bereich? Für mich persönlich, ich will endlich den Spagat perfekt haben und auch in den Handschlein will ich locker frei kommen, ohne an der Wand stehen zu müssen. Das sind meine Ziele für 2020. Was sind eure Ziele? Haut's mir in die Kommentare. Ich freu mich drüber. Okay, jetzt geht's dran an den Boxsack. Fünf Runden, zwei Minuten Laufzeit und dann dazwischen mal 30 Sekunden Pause. All right, so, ich erweitere das Ganze jetzt. Jetzt nicht nur noch Hände, jetzt nehmen wir auch Ellbogen, Knie, Füße dazu. Also alles zusammen und wieder zwei Minuten Laufzeit, 30 Sekunden Pause. Das Ganze fünf Runden lang. Das wird anstrengend. Das Ganze fünf Runden lang. Das Ganze fünf Runden lang. Untertitelung des ZDF, 2020 So meine Lieben, das war das letzte Video für dieses Jahr, ich bedanke mich bei euch, es war echt super, vielen Dank für euren geilen Support, ein besonderer Dank geht raus an meine Frau, die mir immer zur Seite steht mit Rat und Tat und ich wünsche euch einen guten Start ins neue Jahr, kommt gut rein, bleibt gesund, wir sehen uns, bis dahin, euer Fighting Hobbit Wie geht's die Helde?